hallo leute und ja herzlich willkommen zu meinem ersten gameplay zu modern warfare 3 und ich will mich jetzt erst mal vorstellen ich bin 17 jahre alt ja ich bin 17 spiele 18 spiele ich bin so böse was habe ich eigentlich hier dabei was habe ich was spiele ich so von den waffen her ja man sieht schon ich spiele die ak 47 mit schalldämpfer drauf man sieht mich kaum auf dem radar oder gar nicht besser gesagt ja und habe die scorpion akimbo dabei die kommt hier aber nicht zum einsatz spiel nur mit dem sturmgewehr hatten ist die s-mine dabei und eine blank granate ein ich glaube das ist eine handgranate er ohne eine erschütterungskarte ich glaube erschütterungskarte ja habt dann noch als perks dabei fingerfertigkeit wo ist pflicht natürlich oder es gesagt hat jeder eigentlich dabei und schnell ziehen büro und oder habe ich habe eine dabei ich glaube von meiner es kann sein dass ich habe ja das tut mir leid das ist schon ein bisschen älteres gameplay deswegen habe ich jetzt auch die akimbus geraten also normalerweise habe ich skorpion dabei deswegen egal ist ja auch völlig egal es wird das vision aufs gameplay darauf ankommen habt dann noch ruhige hand dabei sonst hätte ich den typen vor einem gang nicht erwischt vor allem nicht mit der reichweite und was noch als sturm paket habe ich noch dabei da ich es gerade sehe ja jetzt sieht man schon ich habe partner pro dabei habe nur ein schnell ziehen dabei sonst hätte ich jetzt den haupt hubschrauber nicht gekriegt ja habt eine drohne und data drohne dabei und den hubschrauber ich bin damals diesen diese waffen das heißt diese 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 klasse sage ich jetzt mal spiele ich eigentlich nur im frei für alle habe da 25 1 1 am schluss und werde da sehr sehr wenig gekillt sage ich mal wenn ich nur einmal gestorben bin egal wir kommen jetzt erstmal zum thema zum heutigen thema und zwar habe ich mir so gedacht was ist denn so ein bisschen umstritten was wird die ganze zeit darüber redet und ja ich müsste eins eingefallen was bei unserem test oft drüber gebetet wurde und zwar werden diese lobbies genannt hackt lobbies und ich sage jetzt mal euch folgendes hackt lobbies gibt es bei m3 nicht ja also jetzt würden mich ein paar für dumm verkaufen aber diese hackt lobbies wie sie aus mw2 kennen gibt es nicht mehr die gab es bei mw2 mal ich weiß aber mw3 gibt sowas nicht ja könnt ihr mich hassen wie sonst was aber sowas gibt es einfach nicht bei mw3 gibt es nur folgendes dass manche level 80 sind und prestige 10 sind und zwar heißen die server ja sowas gibt das server browser sowas kann man einstellen bei mw3 das haben nur die meisten nicht eingestellt was vom grund auf nicht eingestellt ist man muss das einstellen bei mw3 und das ist alles legal man kann offiziell so level 80 werden und prestige 10 werden es ist nichts angehackt nichts basta man ist man kommt nur auf einen server es gibt sehr viele server und es gibt auch sehr viele server wo man die xp hochgeschraubt sind das einzige was so ein bisschen makel dran hat dass man halt keine spielerfahrung hat ich habe bevor ich das gemacht habe habe ich auf bestie prestige 2 gespielt und level 80 natürlich und ja das war es eigentlich dann hat man eigentlich genug spielerfahrung ich habe das video das video entstand noch investiert zwei andere videos werden auch natürlich noch folgen aber jetzt erstmal zurück zu den heck lobbies es ist alles legal ihr braucht euch keine sorgen machen dass ihr gebannt werdet es ist alles offiziell und ja wenn ihr das machen wollt ist das eure entscheidung aber ich empfehle euch vorher erstmal ein bisschen im matchmaking gespielt zu haben wir haben ganz normal weil es macht da meiner meinung mehr spaß wie auf solchen servern ich habe das nur gemacht um alles zu haben also alle veteran pakete sollte paket und noch zum kram ist jetzt nicht sehr viel man braucht ungefähr eine stunde circa und was ich sehen zu werden und level 80 kommt darauf an ob man sehr viel herausforderungen schafft oder nicht ja so was gibt es noch zu sagen ja hätte ich hier mit spezialist gespielt müsste ich jetzt eigentlich schon mit dem 25 kill müsste ich dann schon die atombombe kriegen aber ja ich habe mir stund paket genommen und da werden ja die hubschrauber und ganzen kram wieder nicht dazu gefällt ist schwer sehr schwer zu schaffen finde ich jetzt die atombombe oder besser gesagt die moab oder wie man sie auch nennen möchte und man sprach ich würde sie haben aber auf albums genannt glaube ich und den englischen ausdruck kenne ich nicht mehr ganz ehrlich ja hier werde ich jetzt eigentlich nur noch so ein bisschen rum rennen und noch skills suchen oder besser gesagt auf kills warten ich spiele hier nämlich sehr sehr defensiv und habe bei dem gameplay echt also habe bei dem spiel echt überlegt ja scheiße man wie kommst du jetzt hier weiter wenn du wenn du echt irgendwie mal so probleme hast weiterzukommen weil auf der anderen seite sehr viel mensch sehr viele leute sitzen und warten auf dich getötet warten auf dich dich zu töten dann keine bange wartet einfach auf sie weil die kommt sowieso werde hier jetzt mit dem raketenwerfer abgeschossen was ich sehr skilled finde auch bei springkommando echt super ja aber was was wollte ich jetzt weiter erzählen ich bin jetzt heute ein bisschen aus der passung gebracht worden da dass er mein erstes gameplay ist ja was gibt es jetzt eigentlich zu sagen das ist jetzt mein letzter abschluss für das spiel watsch und werdet gekillt super naja 25 kills geschafft und zu sterben ist das schon mal was eines der besten spiele eigentlich dass ich gespielt habe und der letzte abschluss geht natürlich nicht um mich weil der abschluss bestätigt ist ja auch komisch gewesen und wir vernichten die gegner geradezu und ja von mir war es das jetzt eigentlich wenn ihr wissen wollt wir auf diese server kommt guckt meine video beschreibung oder guckt euch videos auf youtube an also bis dann und ciao